Musik So, hier ist jetzt der Beweis Ich habe gerade eben angefangen Vorhin war alles so grau wie dort hinten Jetzt fängt es an, hier schon ein bisschen aufzubrechen, die Wolken Hier ist der Wassertank Und hier seht ihr schon die ersten Löcher in den Wolken Ich habe eben den Wassertank mit heißem Wasser nachgefüllt Das funktioniert also ganz gut mit heißem Wasser Dann gewisse Wolkenschichten Ordentlich aufzulösen Ich tue da natürlich auch noch ein bisschen Himalaya-Salz rein In das Wasser Ja So, und jetzt das Ergebnis Sonne Dynamisches Wetter Natürlich mache ich nicht alle Wolken weg Aber doch einen guten Teil Und ich breche vor allen Dingen die Einheitsgräuhe auf Und das funktioniert schon sehr gut Und das geht Dann 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 Einde Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.